herzlich willkommen bei eumeli lp zu einem neuen part von sims 2 der dritten staffel und ich wünsche euch natürlich allen noch einen schönen ostermontag weil wenn ihr das jetzt zu sehen kriegt ist ja auch ostermontag und ich hoffe ihr habt eine schöne zeit auch wenn ihr alle daheim bleiben müssen aber ja ich denke mal der osterhaas kam bestimmt trotzdem und hat irgendwo sein eierchen versteckelt ob in der wohnung auf dem balkon oder im garten oder wie auch immer und ich wünsche euch einfach eine schöne zeit und schönen feiertag noch so was war hier im letzten part los wir hatten ja noch das problem mit der treppe das hat sich dann irgendwie dann doch ein bisschen gelöst wir haben mit pollox war es glaube ich genau ein bisschen im garten gearbeitet der hat den bronzenen gärtner orden und hat jetzt neue wünsche nämlich dass er einen silbernen gärtner orden haben will und dem gartenverein beitreten möchte das habe ich immer angeklickert das finde ich sehr interessant ich habe noch nie im gartenverein irgendwas gemacht nun denn mal schauen melissa hat sich ein logikpunkt verdient da kann ich mich daran erinnern wir haben festgestellt dass wir anna und gert vielleicht auch noch auf leinwand haben wollen ja und ich habe gesagt ich möchte den beiden also den den jungen leuten hier noch mal ein bisschen lebens elixier spendieren werde ich hoffentlich heute auch daran denken und wir haben beschlossen dass sich melissa langsam vom zombismus verabschieden sollte vor der hochzeit am besten noch und ja was das gebäude hier betrifft dieses wunderschöne geschäftsgebäude habe ich auch auf eure kommentare gewartet und ich denke wir rupfen das nachher einfach weg weil ich habe jedoch erst mal andere ideen die ich denen ich nachgehen möchte und wie gesagt anerkannt später immer noch mal was aufmachen ob hier oder im blauseitig heide oder woher immer so ich drücke jetzt mal play weil sie muss nämlich auf arbeit die gute leider leider hat sie heute keine zeit für irgendwas und naja gut pollox hatte noch nach dem job geguckt aber hat keinen gefunden und ja so weit sind jetzt auch alle anderen noch am schlafen alex ist es am musizieren musst du eigentlich nicht auch irgendwann auf arbeit oder wie war das aber erst heute mittag okay du kannst also tun und lassen was du möchtest du möchtest fische fangen ja das geht noch nicht also jedenfalls nicht hier so und unsere zwei sind auch wach hallo seid ihr auch melissa du bist aber lieb das ist ja hervorragend was du hier ordnung machst ja genau komm du mal bitte jetzt hierher ich möchte dass du mal ganz kurz was liest bist du ja genau richtig am stehen ich will jetzt nicht groß in deinem inventar um wühlen sondern einfach mal gucken wir können uns doch da bestimmt einen schönen trank zusammen mischen um dich mal hier von diesem zombie krampf los zu bringen frau dir doch mal einen trank ich glaube das wäre der hier oder was hilft denn gegen zombie moment 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 muss noch mal gucken zombie 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 was steht denn da wie heißt denn das mit den wehrwölfen ist das dieser lykantopie nicht dass ich das jetzt verwechsel und wir haben gar nichts was einen gegen zombieismus halt dann hätten wir nämlich ein problem fällt mir mal gerade so ein sie möchte schon wieder dem tod entrinnen warte mal nee wo finde ich denn das warte mal fähigkeiten überprüfen dann sehen wir was zaubern kann oder sehen wir da auch was er gelernt hat gucke mal kurz da rein ich weiß gerade nicht nicht dass ich dich das falsche herstellen lasse und du nimmst den trank den du gar nicht brauchst und den den du eigentlich brauchst den finde ich gerade nicht ist doch dumm zu warte mal tränke kessel objekte hier haben wir doch was heiltrank vampirismus da haben wir lüte trinke diesen trank um jegliche werwolf symptome zu bezeitigen mist ich habe das verwechselt liebes trank das ist klar vampirismus da ist die heiltrank hex weg trank zur steigerung der nettigkeit das brauchen wir nicht ich glaube wir können sie gar nicht mehr auf normal machen das ist aber doof das ist aber jetzt echt du könnt ihr den 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 zombie schwachsinn gar nicht weghexen ich habe das voll verwechselt mit diesem likhant tot hiedings was ist ja und vampirismus ist klar sie ist ja auch kein vampir verpackungseinheit dosieren für größtmögliche wirkungen vollständig austrinken das ist jetzt doof das ist jetzt echt doof kannst du dich heilen von dem von dem warte mal ich muss mal gucken was sind die ex dinge ha himmel da habe ich aber auch gar nicht halt diesen sim aber das ist ja wenn man krank ist das ist glaube ich nicht gegen zombie ist muss was haben wir da noch fröhliche strahlende sonne glücklich machen ja alles schön und gut aber ja das ist Das ist irgendwas anderes. Was haben wir da noch? Ein bisschen Salz und Pfeffer. Macht meine Stimmung besser. Allzu viel hat die hier irgendwie auch nicht mehr, oder? Kommt mir das nur so vor. Was haben wir denn an Neutrale? Da haben wir doch vielleicht da was. Blatt verschwinden. Körper schlank. Körper dings. Magesdingsbums bringe ich an einem anderen Ort. Ne, da wollen wir auch nicht hin. Hungersnot haben wir auch gerade nicht. Wir wollen den Sim auch nicht verschwinden lassen. Nein. Was haben wir denn da? Katzenhaftenbegleiter will ich jetzt auch nicht haben. Was haben wir denn da? Ich schwinge den Stab. Schon ist das voll krass. Was? Flüche sind ohne Wirkung und Zauber ohne Macht? Oh. Hm. Was ist das? Ja gut, das ist gegen andere. Aber das hilft mir nichts. Ähm. Ich hole ihn zu mir. Das ist gar nicht schwer. Das ist ein Sim herzaubern. Ähm. Ähm. Was? Kräfte der Natur erhöht man fliehen. Schließt diese Kreatur in eure Arme und lasst das geschehen. Lasst sie den Weg der alten Magie gehen. Das macht, da machen wir Leute zum Exa oder so. Äh. Da, 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 da. Kann nichts dagegen tun. Denn wir müssen die Zeit ruhen. Ja, das ist Zeit anhalten. Toll. Nee, können wir gar nichts machen. Das ist ja mehr als bescheiden. Ganz ernsthaft. Und ich habe gedacht, sie kann sich selber von dem Zombie-Kram heilen. Das ist ja mehr als blöd. Okay, dann wieder raus mit dir. Können wir vielleicht... Hat die Heiratsvermittlerin vielleicht ein Mittel gegen Zombieismus? Gibt's das überhaupt? Wäre jetzt meine Frage. Ich hab mich da total vertan. Sorry, dass ich euch auch gefragt hab deswegen. Das war ein bisschen dumm. Na gut. Dann komm mal runter. Zieh dir mal was an, meine Süße. Musst dich nicht auf irgendeinen Stuhl setzen. Nee, nee. Alles gut. So. Und unser Volker tut, was er immer tut. Nämlich Bowling spielen. So. Was wolltest du? Oh, silberne Spielzeug. Ach ja. Du wolltest doch noch Spielzeug machen. Dann mach das doch. Guck mal. Ja, wo ich das hier gerade sehe. Kannst du erst mal weitermachen? So. Alex hämmert hier immer noch auf sein Schlagzeug. Du könntest doch mal was anderes tun. Was könntest du tun? Sag mal, hast du irgendwas, was Sinn macht bei dir? Außer Tanzen und Kram. Ähm. Ja, kochen kannst du eigentlich. Ah, nee, 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 nee. Na ja. Hm, hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was mach ich denn mit dir? Ach, es ist alles so, so, so. Hm. Weiß ich nicht. Komm, lern noch ein bisschen irgendwas. Ähm. Was könntest du mal machen? Buch lesen. Mystery Science Fiction. Ach, lese doch mal ein Kochbuch. Komm. Vielleicht lernst du noch mal was in puncto kochen. Es ist ein bisschen doof gerade. Ach, das nervt mich jetzt aber total. Du wolltest noch mal kreativ werden? Dann kannst du ja vielleicht hier noch mal ein bisschen üben. In der Hoffnung, du kommst auch hier hoch. Pollox ist auch wach und hat keine E-Mails. Ja. Ja, hallo. Guten Morgen. Na? Alles klar bei dir? Ah, ja, Zauberwürfel, ne? Und du möchtest was? Ein Computerspiel spielen. Ah, ja, gut. Soll mir recht sein. Dann spiel doch. Hier. Kannst du machen. Spiel irgendwas. Du musst nicht dauernd E-Mails abrufen, die du eh nicht hast. So. Wen hat dich jetzt wohin geschickt? Äh, Melissa zum Klavier üben? Und es funktioniert. Also. Hm. Okay. Ja, üb du mal schön. Genau. Jetzt müssen wir warten, dass Anna nach Hause kommt. Oh, Gerd ist auch auf Arbeit. Dann ist der abgedüst. Bin hier gar nicht mitgekriegt. Und der Arme hat immer noch Hunger. So, der Kistenclown ist fertig. Sehr schön. Das ist wunderbar. Den darfst du direkt verkaufen. Ja. Und dann darfst du auch weiter Kistenclowns herstellen. Sag ich nix dagegen. Nimm mal die da. Ist ein bisschen eine andere Farbe. So. Und weil du damit zu beschäftigt bist. Ich wollte noch was machen. Äh. Da drüben richtig wichtig ist. Ähm. Hm. Wir müssen mal ganz kurz in den Baumodus. Äh. Oder in den Kaufmodus. Oder was auch immer. Ja. Ich hab das Richtige. Äh. Wo hab ich ihn jetzt stehen? Hier, ne? Ja. Ähm. Die Töpferdings. Und dann nochmal zwei runter wieder. Da haben wir die Nähmaschine. Uah. Ne, ne. Halt doch. Ich dachte eben, ich hab nur die Hälfte in der Hand. Äh. Das ist ein bisschen blöd. Weil wir müssen die Sachen will ich ja nicht wegschmeißen, ne? Also mal ganz ehrlich. Das soll da bleiben. Ähm. Ähm. Aber der Rest wird weggemacht. Und dementsprechend müssen wir mal gucken. Den Stuhl will ich haben. So. Auch noch. Den Stuhl hier wieder an die Nähmaschine ran. Dann haben wir da drüben. Was haben wir noch Wichtiges? Äh. So. Geh mal hier her. Ähm. Wir haben. Äh. 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 Eine Plakette. Die wollen wir mitnehmen. Die gehört irgendwem. Ich weiß jetzt nicht wem. Ist mir auch egal. Die kommt mal. Äh. Kann mich die. Irgendwie. Ähm. Ne. Warte mal. Äh. Ah. Hier. Vielleicht hinhängen. Äh. Ja. Da. Schon mal eine Plakette wieder. Äh. Was haben wir da drüben noch? Was wir vielleicht mitnehmen könnten? Haben wir da an den Wänden noch was? Lass mal schauen. Äh. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Pflanze, Pflanze, Pflanze und leer. Mehr ist hier nicht. Okay. Pflänzchen kann man auch mitnehmen. Ähm. Das ist bestimmt hübsch. Ein Pflänzchen. Äh. Wo könnten wir die Pflanze hinhängen? Ähm. Da, 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 da. Was ist hier drüber? Boah, kommt. Eine Pflanze hier hin. Und dann haben wir noch eine Pflanze irgendwo gehabt. Da, die. Husch. Ja. Die nehmen wir auch mit. Pflanze sind was hübsches. Ähm. Guck mal, da in der Ecke hängt noch nix. Zack. Nächste Pflanze. Und dann haben wir doch da drüben noch mehr Pflanzen. Ähm. Da, diese ganzen tollen Dinger. Guck mal, hier unten ist auch noch so ohne Pflanze. Hier könnte eine hin. Und da drüben kann noch was hin. Hallo? Okay. Wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Da vielleicht noch? So. Hübsch. Ah. Passt schon irgendwie. Ähm. Die Staffelei. Die könnte auch noch mal hier irgendwo hin. Ähm. Oder auch nicht. Oh Gott, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Hier, guck mal, da ist auch noch Platz. Das ist so unser Hobby. Wir malen, basteln, Dingsraum. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wartet. Ähm. Was haben wir denn sonst noch so was? Interessant wäre. Was ist das? Das. Hm. Den Rest gucke ich dann. Kann Anna auch mal in ihr Inventar kriegen? Das ist alles. Ah, da ist noch ne Pflanze. Guck. Ich wusste doch, ich hab noch ne Pflanze. Da. Schöne Pflanze. Wo kommst du hin? Du könntest mal, ähm. Hm. Wo könnte ich dich denn hinstellen? Gute Frage. Nächste Frage. Haben wir noch Platz für ne Pflanze? Och ja, gucke mal. Hier. Beiden Eltern im Zimmer. Warum nicht? Haben wir noch ne Pflanze untergebracht? So, ich glaub, das müsste es gewesen sein mit Pflanze und Co. Rest gucken wir dann. Wo ist er jetzt? Hallo? Äh, da. Ach, okay. Na ja, mach mal weiter. Genau. Ich muss mal wieder die... Hm? So. Ja, das mit... Melissa ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht dran gedacht habe. Wie? Du bist schon fertig mit Üben? Nee, 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 nee. Du hast den Punkt nicht gekriegt. Oder? Nö. Ja, 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 ist immer noch... Üb du mal noch ein bisschen, meine Süße. Du machst das doch so schön. Hm? So, was macht Pollux? Pollux ist am Spielen. Genau. Und Alex? Ähm... Ja, ach so, das kommt in... Ah! Melissa hat's geschafft! Wow! What jetzt? Hallöchen! Und jetzt willst du direkt weitermachen? Hm, hört sich immer besser an. Und kochen willst du auch noch steigern, bis zum Gehtnichtmehr. So, Alex ist ja am Buch anwesen, genau. Äh, oder sollte ein Buch lesen. Ja, dann packst du doch wenigstens wieder weg. Komm, leg's weg. Und dann kannst du erst mal was essen. Ich würde sagen, du isst mal was. Äh, es gibt nämlich gerade nichts. Äh, geh und such dir mal was zu essen. Hm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, hier hast du noch... Ich glaub, das sind, äh, Omelettes. Kannst du essen. So, die anderen sind eh... Ja. Ach, jetzt willst du ein Bad nehmen. Ja gut, ist okay. Ich bin zufrieden. Und du könntest auch schon wieder Komfort gebrauchen. Alter, mach halt die eine Kiste noch. Und dann darfst du auch zu Melissa runter in das Ding. Und gucken, ähm, ja. Aber gut, wir haben zumindest unsere, ähm, Näh- und Töpfer-Sachen noch untergebracht. Hier, das sieht halt auch irgendwie noch bescheiden aus. Ich wollte hier noch mal was gucken. Ich brauch noch mal die Wände. Ich muss mal schauen, warum ich gewisse Sachen nicht so hinstellen kann, wie ich sie eigentlich gerne hingestellt hätte. Wobei, eigentlich ist es gut wie getumpft. So, komm mal her, du. Wenn ich dich umdrehe, so zum Beispiel. An die Wand kannst du nicht. An die Wand kannst du auch nicht. Ist das Fenster im Weg? Oder woran liegt denn das, um Himmels Willen? Hier hängt nichts. Ihr seht es, ne? Ich weiß nicht, warum mein Ding sich da nicht hinstellen will. Das ist doch bescheiden, es mal so auszudrücken. Geht's an die Wand. An die Wand ginge es. Warte mal. Schieb ich dich mal kurz aus dem Weg. Äh, schieb da mal hin. Kann ich dich an die Wand stellen? Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ach so. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Aber eigentlich müsste es wenigstens halt hier hinpassen. Da. Oder, äh, so rum, dann da. Aber das macht es nicht. Es will überhaupt nicht an die Wand ran. Egal an welche. Das ist einfach nur doof. Und du? Gehst du wenigstens mal an irgendeine Wand? Nö. Sobald ich an die Wand gehe, will es nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Müssen wir dann erst mal in die Dinger packen. Also, es ist einfach blöd, so wie es ist. Es ist einfach nur doof. Sorry. Äh, das musste ich jetzt mal ausprobieren. Oh, meine Nase beißt. Oh. Sorry. Sorry, ich wusste, da kommt gleich was, aber ich wusste nicht mal. Oh, Manu. Ha, ha, ha. Was ist denn? Ha, ha, ha. Oh. Ich hasse es. Wenn es in der Nase bitselt. Huch. Hilfe. Gerd, Moment. Ähm. Der Arbeitsalltag zieht, ne, der Arbeitstag zieht sich unendlich in die Länge und niemand scheint mehr Lust zu haben. Kenne ich. Ein Kollege schlägt eine fünfminütige Mittagstanzparty vor und einige Sims beginnen ohne Musik zu tanzen. Ja, da machen wir mal mit. Komm. Gerd hält nicht viel vom Tanzen ohne Musik, also. Oh, Mist. Schaltet er erst die Musikanlage ein und gesellt sich dann zu den Tanzenden. Während Gerd und seine Kollegen sich prächtig amüsieren, fühlt ein anderes Team sich durch die laute Musik gestört und reicht eine Beschwerde gegen Gerd ein. Ach Gott, ne. Er muss für die Ruhestörung am Arbeitsplatz eine Strafe zahlen. Ey, Leute, das hatten wir aber auch noch nicht, oder? Wie viel muss der denn zahlen? Ich hab's nicht mitgekriegt. Aber meine Nase nervt mich grad ein bisschen. Hallo. So, ich bleib jetzt mal auf dir, damit ich mit... Ach komm, hör auf. Mach das ein anderer mal weiter. Geh du jetzt mal runter zu deinem Frauchen in die... in die Dings und, äh, leg dich damit dazu. Dann kriegst du ein bisschen Komfort und so. Ah. Und ich müsste Nase putzen. Sehr, sehr klar. Gut. Ähm. Ach so, Moment mal. Alex ist wach und Pollox ist auch wach. Ach, ah, da fällt mir was ein. Ja, dachte ich mir, dass du schon wieder am Tai-Chi am Machen bist. Momentchen, Junge. Haha. Was willst du? Was ist los? Immer noch Tai-Chi. Äh, warte mal. Ich wollte doch gucken. Ähm. Elf Tage habt ihr nämlich nur noch. Äh, warte, warte, warte. Das geht so nicht. Hast du ein, äh, Lebens-Dingsbums? Er hat ein Auto. Was ist das hier? Ach Gott. Wir haben so viel Zeug, Leute. Aber kein Lebens-Dingsbums. Äh. Laufbar-Belohnung. Du hast ja so viele. Lass mal schauen. Irgendwo da hinten musst du ein Lebens-Elixier sein. So, komm mal her. Kriegst du jetzt mal als verabreicht. Sonst vergesse ich es wirklich wieder. Ähm. Ne. So rum. Da. Und dann nimm das mal. Oh Mann, mein Schniefen geht mir auf den Keks. So, bitte einmal trinken. Was hatte ich gesagt? Die anderen haben ungefähr 20 Tage noch, ne? So. Die Verjüngung fängt an. Ja. Cool. Jawohl, ja. Ja. Und wir fühlen uns wie frisch geboren, neu geboren. So, wie viele Tage sind es jetzt noch? Jetzt. Da darfst du nochmal trinken. Ja, ja. Wir brauchen mehr davon. Das ist noch lange nicht das, was es sein soll. Ah, also ich denke mal... Ah, lala. Ah, lala, genau. So, bei wie viel sind wir jetzt? Ähm. Hm, lass gucken. Ja, 14. 17 Tage. Einmal darfst du noch... Halt. Komm doch nochmal her. Trink noch einen Schluck und dann darfst du ans Telefon gehen. So. Ach Gott, ich werde nicht mehr... Leute, Leute, Leute. Johohoho, genau. Johohoho. So, dann müssten wir bei 20 Tagen sein. Dann müsste es wieder mit den anderen aus der WG übereinstimmen, damit das auch einigermaßen passt. Ja, genau. So sollte das sein. So, wer ruft an? Ähm. Hi, Alex. Kann ich Volker sprechen? Jo, von mir aus. Wer auch immer du bist, kannst du auch Volker sprechen. Oh, was haben wir denn jetzt hier für neue Wünsche? Ey, ja, ja, ja. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal... Och, das nervt gerade. Bäh. Ähm. Außerdem einen Blick auf die Uhr werfen. Ich vergesse ja immer die Uhrzeiten. Hm. Hä, ja. Die sagt mir auch gerade, dass der Part zu Ende ist. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch gerade hier den Break. Und schauen im nächsten Part mal weiter mit der lebensverjüngenden Maßnahme und allem anderen. Äh, und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Part. Und seid genauso enttäuscht wie ich, dass es mit Melissa nicht geht, mit dem rückgängigen Mann. Wenn da einer eine Idee hat oder was weiß, wie man den Zombiismus halten kann, bitte in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, ähm, ja, fällt mir da auch nichts mehr ein. Leider. Weil ich habe es mit der Lycanthropie verwechselt, was natürlich für den Werwolf gilt. Äh, ja, gut. Pech gehabt. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Also geht's. Baş rein.